in meinen kursen werde ich immer wieder gefragt wie ich das mit den abkürzungen mache ich habe ja blätter gemacht aber das ganze ist nicht interaktiv und jetzt habe ich eine seite gefunden und die würde ich ihnen gerne kurz zeigen gehen wir mal hier hinein und dann auf diese seite das ist fast bringt die seite den genauen link blende ich dann noch einen hier geht es eben um kürzen oder shortcut man kann zwar hier die sprache einstellen leider haben sie das nicht integriert aber ich glaube mit den englischen sachen kommt man gut zu recht jetzt wenn sie mein video nicht verstehen können sie auch hier hingehen und da wird ihm das ganze nochmals erklärt von der seite selbst und da wird gezeigt wie das geht mit den shortcuts dann mit dem programm dass sie auswählen können weiter unten das betriebssystem dass sie wählen können sie haben von windows über mac zu linux dann wenn man darüber fährt dass es das anzeigt und so weiter ich erkläre ihnen das mal in meinen worten also das erste was man machen kann ist hier die software auswählen illustrator dann wechselt es eben auf orange zurück zu in design dann wie das violette und photoshop sollte eigentlich blau sein ja da haben wir das konnte da haben wir nur cc drin dann haben wir hier die sprache und eben hier also das betriebssystem und hier die sprache und ich zeige das ganze mal also wenn ich hier darüber fahre dann kommt das welches ist das von transformieren mit w schliessen oder zu und so weiter okay jetzt kann ich auf meinem keyboard also nicht auf dem virtuellen sondern auf meinem keyboard mit dem ich arbeite kann ich die command taste drücken und dann kommen all diese sachen dazu ich kann die alt taste drücken die shift taste drücken was da passiert oder und die kombination shift und alt shift und command alt und command shift alt und command und natürlich geht das in allen programmen das müsst ihr dann anders ausschauen alt taste in in design shift und alt zusammen befehl und shift zusammen und so weiter das geht auch hier wenn ich wieder darüber fahre dann kommen diese sachen oder eben ich kann hier irgendwas eingeben ich muss es natürlich auf englisch eingeben dass das dass man das versteht jetzt noch type 1 und dann kommt da unten ist ein bisschen klein shift und t oder nur t was da passiert also das kann ich denn da alles eingeben also hier finden sie wirklich viele nützliche abkürzungen oder eben shortcuts für diese drei programme adobe indesign adobe illustrator und adobe photoshop für die einzelnen betriebssysteme die sie hier auswählen können und hier haben sie das wirklich nur interaktiv und ich hoffe dass da eines tages auch noch die deutsche sprache integriert wird wie gesagt den genauen link blende ich ihnen dann noch ein und in der zwischenzeit wünsche ich ihnen viel spaß mit dieser interaktiven kürzel variante auf fast print abone ol